Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein super spannendes Thema und zwar Geländeabdeckung. Ihr habt sowas bestimmt schon mal gesehen wie das hier. Eine Karte, die euch zeigt, welches Versorgungsgebiet ein Relais hat, sprich was das Relais erreichen kann oder andersrum, ob ihr selber im Gebiet eines Relais liegt und ihr das Relais erreichen könnt. Solche Karten, die kann man ganz einfach selber machen mit einer Software, die sogar online im Browser läuft, nennt sich Radio Mobile und die bietet auch noch einiges mehr und deswegen schauen wir uns das heute mal genauer an. Die Software, um die es heute geht, nennt sich Radio Mobile von Roger VictorEco2DeltaBravoEco. Davon gibt es eine Online-Version und auch eine Windows-Desktop-Version, die ihr euch herunterladen könnt. Die Windows-Version allerdings, die greift auch auf Daten der Webseite zurück, sodass ihr da für die Nutzung auch eine Online-Verbindung benötigt. Ja, ihr müsst euch an beiden Versionen anmelden über hier Name und Passwort. Das könnt ihr euch hier kreieren. Dann könnt ihr einfach ein neues Konto anlegen, hier zustimmen. Ihr gebt euer Rufzeichen ein, eure E-Mail-Adresse ein, dann bekommt ihr eine E-Mail zugeschickt mit einem Passwort und dann gebt ihr das Ganze hier ein und meldet euch an. Nach der Anmeldung sieht das Ganze dann so aus. Ihr befindet euch hier in einem Hauptmenü. Hier könnt ihr zunächst mal auf My Settings klicken und dann könnt ihr hier ein neues Passwort eingeben, denn das Passwort, was ihr zugeschickt bekommt, ist sehr, sehr lang und kryptisch. Dann könnt ihr hier noch eure Daten ändern, die Sprache umstellen und auch wählen, welche Karte ihr haben wollt und das Ganze dann auch hier speichern. Und dann habt ihr hier quasi im Hauptmenü die drei wichtigen Funktionen. Ihr könnt hier einmal Standorte anlegen, dann könnt ihr zwischen Standorten Linkstrecken berechnen lassen und für einen Standort eine Abdeckung berechnen lassen. Ja, wir fangen mal hier oben an mit New Site, da kann man eine neue Karte quasi, einen neuen Standort eingeben auf einer Karte. Dazu hat man hier einfach die Möglichkeit, einen solchen Marker zu verschieben. Zum Beispiel setze ich den jetzt mal hier auf das Relais in Puhlheim. Das ist in Stommeln steht das und zwar hier irgendwo an der Kirche. So, dann wählt man das hier aus, diesen Standort, klickt einmal auf Weiter und dann kann man hier noch einen Namen eingeben. Das ist DB0 IGA heißt das, glaube ich. Nagelt mich nicht fest. Dann kann man eine Beschreibung hier noch eingeben, zum Beispiel Puhlheim. Und dann klickt man einmal auf Add to My Sites und dann hat man diesen Standort angelegt. Das ist immer so das Erste, was man machen muss, bevor man weitere Berechnungen machen kann. Ja, hier im Bereich My Sites sieht man dann, was man alles schon angelegt hat. Und unter Multiple Sites kann man die Standorte sich auch auf einer Karte anzeigen lassen. Einfach alle auswählen, einmal auf Submit klicken und dann sieht man, wo sind die einzelnen Standorte, die ich hier schon angelegt habe. Mit dem Bereich New Link kann man dann Linkstrecken zwischen zwei Standorten berechnen. Dafür klickt man einmal hier drauf, New Link, dann wählt man aus, von wo nach wo soll es denn gehen. Ich möchte zum Beispiel mal die Linkstrecke von mir zu Hause bis zu dem Relais in Puhlheim mir anschauen. Da habe ich so ein bisschen Probleme, das zu erreichen. Da gibt man hier noch die Antennenhöhe ein. Bei mir sind das sechs Meter. Ich schätze mal, in Puhlheim ist das vielleicht so auf zehn Meter Höhe. Dann kann man hier noch angeben, wie das benannt werden soll. Da gebe ich einfach mal hier die Rufzeichen ein und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, die Frequenz anzugeben. Das gebe ich, da gebe ich mal 435 Megahertz ein. Man kann bei den Frequenzen nicht alles frei eingeben, sondern ihr müsst euch da beschränken, wirklich auf die Amateurfunkfrequenzen. Und das glaube ich auch erst ab 10 Megahertz aufwärts. Ja, dann könnt ihr hier noch so Sachen eingeben, wie zum Beispiel Sendeleistung. Ja, meine Sendeleistung soll jetzt einfach mal 10 Watt sein und dann haben wir hier noch weitere Parameter, wie zum Beispiel den Verlust auf der Sendeleistung, den Antennengewinn und wie sieht das beim Empfänger aus auf der Empfängerseite. Das kann man hier noch genau konfigurieren. Dann klickt man einmal auf Submit und dann wird jetzt diese Linkstrecke einmal berechnet. Das dauert immer ein bisschen und dann bekommt man die angezeigt. Ja, und hier sieht man jetzt auch, warum ich Probleme habe, das Relais in Puhlheim zu erreichen. Denn ich ballere im Prinzip alles hier in diesen Hügel rein und das kann ich mir auch hier in der Landschaft nochmal anschauen. Hier ist die Landschaft quasi, die Strecke, die direkte Strecke hier in der Landschaft angezeigt. Und da sehe ich dann zum Beispiel auch die Ortschaften, durch die ich durchgehen muss hier. Und ich sehe auch Wälder, durch die ich durchgehen muss. Und entsprechend sehe ich das auch hier. Blau sind hier immer die Städte und grün die Wälder. Da sehe ich also, wo ich lang gehe. Ja, und ich ballere hier quasi alle meine Leistung in den sogenannten Willerücken rein. Das ist so eine Hügelkette, die sich hier befindet. Das ist auch der Grund, warum ich von mir aus zum Beispiel die Kölner Relais nicht erreichen kann. Und das wird mir hier eben angezeigt. Ich bekomme hier ebenfalls angezeigt, wo denn ein Relais stehen müsste, nämlich hier an dieser Stelle, damit wir beide hier miteinander Kontakt aufnehmen können. Außerdem gibt es hier, ihr seht das im Textlichen, noch jede Menge weitere Informationen. Ja, wenn man das dann einmal berechnet hat, dann kann man das hier speichern, indem man auf Add to My Links klickt. Und die gespeicherten Links, die kann man sich dann auch jederzeit anschauen. Hier, ihr seht, hier habe ich schon einige mal gespeichert und die kann man sich dann zum Beispiel einfach hier mal auf die Schnelle aufrufen. Das hier ist die Linkstrecke zu meinem Heimatrelais DB0XO. Da seht ihr, da klappt das schon wesentlich besser. Ja, und zu guter Letzt habt ihr hier noch die Möglichkeit, unter Multiple Links euch mehrere Linkstrecken gleichzeitig anzeigen zu lassen. Einmal auf Submit klicken, dann seht ihr die einzelnen Linkstrecken. Und wir können dann auch hier, wenn wir da draufklicken, einmal anschauen, wie ist denn die Verbindung und uns in einem zusätzlichen Fenster auch hier die Details nochmal schnell aufrufen, wenn wir das denn wollen. Damit kommen wir dann zum eigentlich spannendsten der ganzen Geschichte, der Abdeckungskarte. Die haben wir hier unter dem Punkt New Coverage. Können wir die anlegen, da einmal draufklicken. Dann müssen wir hier bestimmen, für was soll denn eine Abdeckungskarte gezeichnet werden. Ich wähle jetzt hier mal das Poolheimer Relais aus. Hier muss ich dann wieder so ein paar Angaben machen. Sagen wir, die Antenne ist 10 Meter über Grund. Dann kann man hier auswählen, was für eine Antenne ist das. Omnidirektionale Antenne lasse ich jetzt mal eingestellt. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Yagi-Antenne oder eine Richtantenne jeglicher Art habt, dann könnt ihr hier auch noch angeben, in welche Richtung die denn zeigt, sodass ihr das genau konfigurieren könnt. Auch den Antennengewinn könnt ihr hier eingeben. Ja, dann wählen wir hier noch eine Beschreibung aus. Sagen wir mal 2 Meter Poolheim. Ich weiß gar nicht, ob die da 2 Meter haben. Ich glaube nicht, aber macht ja nichts. Wir tun einfach mal so, als würde dort ein 2 Meter Relais auch zur Verfügung stehen. Ja, dann gehen wir hier wieder die Frequenz ein, die Sendeleistung ein. Und ihr seht, hier können wir dann auch weitere Sachen noch konfigurieren. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch den Punkt, wo die Farbe konfiguriert wird. Grün ist hier die starke Abdeckung, Gelb die etwas schwächelichere Abdeckung. Das könnt ihr natürlich ändern. Hier einfach zum Beispiel über so einen Farbschieber mal in Rot und sagen wir mal hier in Blau. Können wir das mal machen. Sieht zwar nicht schöner aus, aber naja. So, dann habt ihr hier zu guter Letzt noch, könnt ihr bestimmen, wie ist denn die Reichweite, wie weit soll berechnet werden im Prinzip. Und ihr könnt hier die Auflösung bestimmen. Da kann man Low, High und Very High auswählen. Umso feiner ist die Karte nachher, aber umso länger dauert auch die Berechnung. Ich wähle jetzt hier einfach deswegen mal Low Resolution aus. Das ist am schnellsten. Dann klickt man einmal auf Submit und dann wird jetzt berechnet. Ihr seht auch hier immer, was berechnet wird, nämlich 600 mal 600 Pixel. Und ein Pixel ist hier 666 Meter quasi. Das ist die Auflösung, die wir hier haben. Wenn ihr natürlich eine höhere Auflösung wählt, dann dauert die Berechnung wie gesagt länger. Aber ihr habt dann aber auch natürlich hier eine feinere Auflösung und könnt genauer hinschauen, wie weit kommt man denn. Ja, wenn das Ganze dann fertig berechnet ist, dann bekommt ihr schließlich und endlich eine Karte angezeigt. Die sieht dann in etwa so aus. Ihr könnt natürlich reinzoomen und euch dann genau anschauen, wie weit käme denn ein 2 Meter Relais, das hier in Pulheim auf 10 Meter Höhe stehen würde mit einer solchen omnidirektionalen Antenne. Und dann seht ihr schon, alles klar, hier kamen wir so und so weit. Ihr seht auch immer so Schatten hier in der Landschaft. Hier zum Beispiel ist die sogenannte Sophienhöhe, der größte künstliche Berg Europas. Und das Relais würde natürlich dagegen ballern und dahinter entsteht dann hier ein Schatten, wo nichts erreicht wird. Ja, ihr könnt hier auch in dieser Kartenansicht die Karte ändern, da funktioniert allerdings nicht alles. Hier diese Satzsachen, die funktionieren irgendwie nicht. Und ihr könnt das zu guter Letzt speichern natürlich, indem ihr hier einmal auf Add to My Coverages klickt. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier im Punkt My Coverages euch anzeigen lassen, was haben wir denn schon alles. Und dann habe ich zum Beispiel hier mal eine 2 Meter Berechnung für unser Relais DB0XO gemacht. Und wenn wir da auf View Coverage klicken, dann sieht man, so weit käme das Relais hier auf 2 Meter. Das hätte keine Probleme, auch hier über den Tagebau drüber zu kommen, denn das steht in 200 Meter Höhe auf einem 20 Meter Mast. In dieser Ansicht habt ihr darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil. Ihr könnt hier unten jetzt klicken auf Files of 2 Meter Coverage und euch eine ZIP-Datei herunterladen. Und in dieser ZIP-Datei, darin befinden sich jede Menge Dateien, zum Beispiel eine PNG-Datei mit der Abdeckung, also eine durchsichtige Grafik mit der Abdeckung, sodass ihr die verwenden könnt, um eigene Grafiken damit auch noch zu überlagern. Und ihr könnt, ihr seht, hier ist auch eine KML-Datei drin, ihr könnt diese ZIP-Datei auch umnennen in KMZ, also für Google Earth, dann einfach einen Doppelklick drauf machen und dann wird das alles in Google Earth gestartet. Und ihr könnt euch das auch nochmal alles in Ruhe in Google Earth anschauen. Ja, wir gehen zurück zum Hauptmenü und hier haben wir dann zu guter Letzt noch den Punkt Multiple Coverages und hier kann ich eben zwei oder mehrere Sachen gleichzeitig auswählen, die ich schon vorab berechnet habe. So kann ich zum Beispiel schauen, wie wäre denn die Abdeckung in der Region bei uns über das Relais 70 Zentimeter auf dem Ölberg und das 70 Zentimeter Relais in Bergheim. Klicke hier einmal auf Submit und dann sehe ich die beiden Relais Standorte und ich sehe, was die beiden Relais denn erreichen würden auf 70 Zentimeter, welches Gebiet hier versorgt und abgedeckt werden würde mit dieser Kombination in der Ansicht. Ja, zu guter Letzt habt ihr dann hier noch die Möglichkeit, die Antennen etwas näher zu konfigurieren, wenn ihr es wirklich ganz genau haben wollt. Dann könnt ihr euch hier zum einen die Antennen einmal anschauen. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel mal die Yagi Antenne aus und dann kann man sich quasi berechnen lassen und anzeigen lassen, wie sieht das Strahlungsdiagramm der Antenne denn aus. Da sieht ihr das so entsprechend und ihr könnt hier auch eigene Antennen hochladen. Das geht dann hier drüber bei diesem Punkt New Antenna Type. Da muss man dann allerdings eine Datei auf den Server hochladen. Ich weiß nicht genau, welche Datei, welcher Dateityp, aber ich denke mal irgendwas, was man mit den üblichen Antennenprogrammen generieren kann. Apropos, ich weiß es nicht, falls ihr selber mal irgendwas genauer wissen wolltet. Hier oben gibt es auch noch den Punkt Information, da kann man auch drauf klicken. Da bekommt ihr hier nochmal eine Hilfe-Seite. Hier wird euch alles Mögliche nochmal erklärt. Die ist standardmäßig auf Französisch. Wer dessen mächtig ist, der kann das ja wahrscheinlich so direkt lesen. Ansonsten muss man eben sowas wie Google Translate benutzen, um hier das übersetzt zu bekommen. Und hier seht ihr übrigens auch nochmal die Frequenzen und Frequenzbereiche, die unterstützt werden. Es ist nicht alles standardmäßig drin, damit das eben nicht für kommerzielle Zwecke hier missbraucht wird. Gehen wir zum Abschluss noch auf die Windows-Version einmal ganz kurz ein. Die könnt ihr euch ja auf der Startseite herunterladen. Das ist einfach nur eine ZIP-Datei, da sind so ein paar Dateien drin und die müsst ihr entpacken. Am besten zum Beispiel in den eigenen Ordner rein. Installiert werden muss da nichts und dann könnt ihr hier über die Excel-Datei das Programm direkt starten. Ihr müsst euch auch hier einmal anmelden mit dem Namen und dem Passwort, das ihr online angelegt habt. Und dann sieht das Ganze hier auf dem Windows-System so aus. Das ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Ihr habt hier oben wieder die Einstellungen. Hier seht ihr auch zum Beispiel dann, was euer Rechner leisten kann. Denn die Berechnungen, die finden jetzt nicht im Internet statt, sondern die Berechnungen, die macht euer Computer. Trotzdem braucht er aber natürlich Quelldaten und die lädt er sich entsprechend auch runter. Ja, dann habt ihr hier den Punkt New Place und My Places. Das wird nicht mit den Online-Sachen abgeglichen. Das heißt, ihr müsst das hier selber erneut anlegen. Aber das ist ja, wie gesagt, kein Problem und geht relativ easy. Könnt ihr hier drüber schnell und einfach machen. Ja, dann haben wir hier die beiden Punkte New Link und New Coverage. Das heißt, das ist jetzt hier alles ein bisschen anders organisiert. Ihr habt keine eigenen Bereiche mehr für Link und Coverage, sondern die Linkstrecken und die Abdeckung, die werden hier quasi neu generiert. Wenn wir mal da draufklicken auf New Coverage, dann werdet ihr feststellen, hier kann man noch so ein bisschen mehr Daten eingeben. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit auszuwählen, in welcher Klimazone man denn lebt, damit entsprechend auch klar ist, wie feucht ist denn die Umgebung. Auch das hat ja einen Einfluss auf die Ausbreitungsbedingungen. Und auch sonst kann man hier noch so ein bisschen mehr eingeben, wie zum Beispiel die Polarisation. Und dann wird das Ganze ebenso berechnet. Und ihr könnt das dann speichern in den Punkt My Studies. Und in My Studies wird dann nicht nur gespeichert hier die Coverage, also die Abdeckung, sondern dort werden auch die Linkstrecken drin gespeichert. Das heißt, ihr habt jetzt hier mit diesem Punkt Studies, also Studien, meine Studien, quasi einen zentralen Ort, wo beides dann an einer Stelle gespeichert wird. Ja, und auch hier gibt es natürlich den Punkt Multiple View. Das heißt, auch hier kann man sich dann wieder Sachen gleichzeitig anlegen lassen. Und ein Vorteil jetzt hier noch dieser Version ist, dass man nicht nur entweder die Linkstrecken oder die Coverage sich anzeigen lassen kann, sondern man kann zum Beispiel sich auch Coverage, also die Abdeckung hier quasi mit einblenden lassen. Und dann schauen, wo klappt das denn, wo käme man denn hin, wie sind die einzelnen Linkstrecken. Das lässt sich hier dann ebenfalls quasi übereinander legen. Und auch hier gibt es natürlich wieder den Punkt, dass man sich eigene Antennen anlegen kann. Ja, vielleicht zum Schluss noch eine Sache. Es gibt hier, wenn ihr dann Berechnungen durchgeführt habt, in dem Ordner einen Punkt Studies. Und in diesem Ordner Studies, da findet ihr dann auch zum Beispiel diese Abdeckungskarten, diese Berechnungen, die ihr durchgeführt habt. Das lässt sich hierüber quasi aufrufen, sodass ihr hier das alles euch nochmal anzeigen lassen könnt. Wir gehen mal schnell durch. Da seht ihr hier die einzelnen Sachen, die ich hier schon so berechnet habe. Auch die Abdeckung gibt es hier als PNG-Datei und das könnt ihr dann ebenfalls hier nutzen, um das noch in eigene Grafiken einzublenden. Soweit mein Video zur Software Radio Mobile und wie ihr ganz einfach selber klären könnt, wie ist denn die Geländeabdeckung eures Relais beziehungsweise wie gut könnt ihr das eine oder andere Relais erreichen. Natürlich findet ihr hier unten drunter in der Beschreibung des Videos den Link zur Webseite, sodass ihr das selber gleich direkt mal ausprobieren könnt. Außerdem gibt es da unten den Link zum Funkwelle T-Shirt Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk T-Shirts kaufen könnt und mit dessen Kauf ihr den Betrieb dieses Kanals hier auch unterstützt. Ja, falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne könnt ihr mir da auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich wirklich freuen. Empfehlt den Kanal weiter, empfehlt das Video weiter, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen und damit auch mehr Leute davon profitieren können. Und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr über kommende Videos auch informiert werdet. Von mir zum Abschluss immer vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.